Was soll'n das? Genauso wie du mit Autofahren, ne? Ach, das war lächerlich. Was ich mit Autofahren? Ich hab'n Führersfeinlieger, was los? Verdammt! Das heißt nicht, dass du fahren kannst, siehste? Was zum... Ja. Ich wurde von so kleinen pinken Penissen betätselt. Was soll'n das? Na, pass mal auf hier. Ich zeck dir mir, wie das geht hier. Das ist hier. Kindergarten. Mach dich nuckig. Ich zeck dir, wie das geht. Ich bin die Bibelbumsebiene. Okay. Okay. Das ist okay, ja. Warum nicht? Komm, schwimm einfach. Wirklich, wirklich. Ja, aber ich musste ein bisschen... Es musste alles getimt sein. Und ja, ihr habt's gesehen, ich hab's mir nicht geholt, weil ich brauch' so'n Scheiß, nicht? Hm. Mist hier. Die sind so verdammte Außenseiter, ne? Ja. Keine Ahnung, ja, was zum Scheiß-Upgrades und sowas, weißt du. Das ist ja nur für die... für die Leute, die es nicht können, also für Anfänger. Mhm. Okay, mein Freund, du gehst weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tja, wer ist mal oben rumgegangen? Oh Gott. Lass mich in Ruhe! Ich glaub, da ist irgendwas drin. Ich glaub auch. Wer wusste ich das nur? Wieso zum Teufel kriegst du ein Leben? Oh Gott. 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 Der Deodor hat dich das geschafft, ich glaub's nicht. Oh Gott. Ah, ich hab dich nicht. Also, ich hab... Oh, nicht... Warte mal kurz, ich muss grad auf meinen Sieg auskosten. Yeah. So. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch miteinander spielen. Also, ne? Ach ja, stimmt. Oh, du machst das gut. Mhm. Irg тебя ich an meiner rechten Seite so einen schwarzen Balkon. Habe ich auch. Oh, okay. Komm, du wolltest nur ein bisschen zeigen, was du drauf hast. Ja, sehr. Ist da noch drin? Ja, guck, Stern. Oh, verdammt, okay. Wie du das alles weißt! Stopp! Viel Spaß! Ah, verdammt! Fuck you, ich hasse dich! Ja, ähm... Das war doch verdammt unfair, oder? Ja, das war natürlich völlig unfair vom Spiel. Also, das hatte nix gekürzt. Alter, die Plattform war einfach weg! Was soll das? An mir gucken wolltest, was mit diesem komischen Stern da los ist. Er hat mich so hypnotisiert, ich konnte nicht anders. So, mal gucken, ob ich das jetzt auch verkackle? So schön anzusehen. Oh Gott, ich sitz auf mein Kabel drauf. Was ist auf dem Kabel? Oh, hab ich dich abgelehnt? Tut mir leid. War nicht extra. So, zwei Leben. Ach! Zwei Leben für Level 2. Ich wollte doch nur! Aber du wolltest doch nur, haha! Ich werd jetzt aber, glaub ich, auch mal mein Zeug einsetzen langsam. Weil, wenn ich jetzt mit dem Leben langsam in die Bredouille komme, weil ich mir ja keine hole, ne? Okay, lass mich den Scheiß. Meine Nase juckt dich. Ich kann mich nicht... Oh, fuck. Verdammt. Soll ich ihn wieder aus dem Gesicht nehmen? Heiliges... Das war nett. Ich hab immer noch mehr Leben als du. Wie geil ist denn das eigentlich? Deine Aussage hat mich irritiert. Ja, ich hab mich halt gefragt, warum deine Nase juckt. Und dann hab ich gesehen, woran es lag. Ja. An mir. Sehr. Ganz klar. Was sonst? So. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, genau. Jetzt kommt hier bestimmt was anderes raus hier, ne? Ja, Blume hier. Blume. Feuer. Gibst du, du dachtest, da kommt jetzt so'n richtig geiles Blättchen raus? Ja. Batura. Ja, schön. Brauchst du was nicht hier? War ja schon ganz... Ne, ne, es war ja... Was soll ich denn so scheiß? Weil der Balken stört mich. Ja. Okay. Komm. Was hast du? Komm. Was schaffst du? Ja, genau. Toll. Fünf Punkt. Pfff. Lächerlich. Diese Drecksfische. Die gehen mir so auf und so auf die... Nudeln, ey. Ich hasse die Fische. Oh. Komm. Na, solange es nicht der Katze ist. Oh! Was willst du denn da? Was willst du hier? Du hast doch gar nichts drin verloren in der Scheißröhre. Da geht jetzt rein. Vorbei. So. Also für einen Moment hab ich gedacht, hm. Der Fisch wird ihm jetzt voll zum Verhängnis. Ja, ich hab alle drei verschiedene Sachen hier. Das ist nämlich ein Double Jackpot. Dafür krieg ich nämlich ein Leben. Nice. Ja. Mhm. So. Ich hol mir jetzt erstmal so ne richtig geile Kacke hier. Ja, toll. Mit einem Leben, ne? Na, ist ja danach wieder da. Mach ruhig. Kannst du gleich holen, ne? Kannst du ja gleich verwenden. Dann hab ich's nächste Runde, kann ich nicht mehr... Hehehe. Guck mal. Guck mal, was haben wir denn hier so? Oh, ein Frosch, guck mal. Guck mal. Guck dir das ein Frosch? Ja, aber auf Landlevel ist ja sowieso zu Zeit zum Kotzen. Wir sind ja trotzdem alle ziemlich wässrig gehalten. Ach Gott, ey, den leg ich jetzt eigentlich... Verdammt. Genau, hier hab ich den Frosch immer eingesetzt. Das ist nämlich ein widerliches Dreckslevel. Was? Oh nein. Genau wie diese ganze hurige Welt wäre. Oh fuck, ich... Ohhhh. Oh Gott. Weil diese hurige Welt auch so unheimlich... Kann ich doch mal bitte... Großes. Natürlich. Mhm. Hoffentlich hab ich kein Level geschafft. Nee, hast du nicht. Hab ich nicht. Okay. Dann mach dir mal keine Gedanken, also sowas. Das passiert nicht. Das ist schrecklich. Och Mann. Och Mann. Hier ist der Frosch. Ja. Sehr in der Mitte. Der Frosch ist aber voll genial. Ich mag den Frosch auf jeden Fall voll gerne. Oh maulerweise. Und ich zeig den jetzt einfach mal gleich hier. Der ist voll cool. So, der Frosch kann nämlich hüpfen und besser schwimmen. Also das heißt, hier benutzt er mir gar nichts, deswegen zeig ich auch ihn hier, weil es sonst ja keine Herausforderung wäre. Natürlich. Ja, was denn? Ach nichts. Ich bin ja nicht im Sand hier. Ja. Er ist allerdings... Er hat keinen... Er... 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 Er ist weg. So. Er war fett. Er war fett, ja. Und so aus wie ein Japaner. Ein fetter Japaner. Das schließen wir da raus. Hallo Kugel. Hallo Kugel. Hallo Kugel. Ah. Blöde Sau, willst du nicht, ne? Ab... Abnehmen mit Feuer hier. Komm her. Hm? Verbranntes Fleisch ist halbes Fleisch, nicht wahr? So und ähm... Okay. Dieser Scheiß hier. Ja, genau. Uh. Aus der Luft gefangen. Habt ihr es gesehen? Aus der Luft. Scheiß. Die waren da mein Frosch verbraucht. So ein Scheiß. So. Beregeln wir die Sache hier mal. Stopp. Verdammt. Okay. Dafür brauche ich den nicht. Hallo. 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 Hm. Das war ne ganz klare Kiste hier. Darf ja eigentlich ein Froschgaule brauchen. Dann mach ich das mal. Also ich zeig euch mal wie das geht. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Boah, ich hasse Hammerwerfer. Ja, natürlich. Wieso hast du? Was? Wieso hatte ich da Wasser und du nicht? Was soll das? Hoho. Ja. Naja, weil ich gesagt hab hier, Wasser... Achso. Ne, ne. Ich glaub ich weiß, woran da liegt. Er stand im Wasser. Ja, richtig. Ja. Oh, wie gemein, Mann. Dafür hast du ja super Sonderspecial. Ja, ja. Memory, aber... Mein Gedächtnis ist ein bisschen zum Kotzen. Das Leben war, glaub ich, oben in der vierte, ne? Ne, das hier war's, glaub ich. Keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Ja. Na? Ich hör nie wieder auf Männer. Nie wieder. Ich brauch das Leben. Ja, Mann. Das ist... Nein! Ich, 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 ich... Was? Was? Ne? Ich möchte in deinen Kopf reingucken. Ja, ne, ähm, ich hab, ich hab einmal nach oben gedrückt und dann ist ja sofort zwei weitergegangen. Das war jetzt echt mies. Und das war auch... Oh, verdammt, ey. Das war einfach... Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich was... Ach komm, was soll lieber... Mal was anderes, ja. Es ist ja mein LP und du fuckst halt zwischendurch ein bisschen rum hier. Ist ja okay. Weißt du, dann, ähm... Wir haben mal was anderes. Wieso? Was waren das denn für ein Nein? Wir waren ja so... Zeig mal das P hier. Dabei. Also das... Ja, genau. Zeig's uns, du Noob. Wenn man sonst nichts kann. Kann man eigentlich die ganze Zeit noch auf die B-Taste drücken. Wenn ich jetzt noch hier so mein Esti-Pad hätte, das war auch so gut. Dann hab ich ja mal Turbo. Hm. Das hab ich sogar noch, aber das ist so abgefuckt, damit kann man nicht mehr spielen. Die Select-Taste ist fast ungerückbar. Man muss da mit der Zähne reinbeißen, damit sie reagiert. Ah, so sieht das Level aus, ne? Ja, sieht schön aus. Ja. Na, so macht man das hier. Ganz einfach. Toll. Wow, ich bin echt beeindruckt. Das hat sich beim Landen noch wegflößt, weißt du? Der Junge hat Skill, oder? Ja, erkannt. Wahnsinn. Echt unglaublich. Wuhu. Heilige Scheiße, du hast es geschafft. Wow. Das war knapp. Ich hab gekämpft wie ein Tiger hier, aber das war am Ende doch... mein Weg hier. Ich fliege deine Schweißpillen bis hierhin. Ach so. Das ist doch echt... Das ist doch einfach nur echt... Ekelhaft. Klar, ich hab sie dir ja auch extra aufs Mikro gekümmert hier. Mann, ey. Das kommt nie für eine Scheiße. Ja, natürlich. Geh weg. Ich sollte mich vielleicht mal richtig hinsetzen und nicht so halb liegen, ey. Das ist ja voll... voll dumm. Entspann dich, entspann dich. Ne, ne. Ich muss halt jetzt... Ich muss jetzt meine Adern rauspressen und dann geht das los hier. Jetzt entspannst du dich erstmal gemütlich und trinkst einen Tee. Aha. So. Welche Tür war das? Das... Oh, ja. Wie unter dem Thumb. Die Tür ins Glück. Im Prinzip, weißt du... Verarsch mich doch nicht noch, ey. Ich ver... Nein, das ist... Das darfst du so nicht interpretieren. Ich hab von mit Leid. Ich will dir nur dein Leid ein bisschen lindern. Ich hoffe nicht. Hast du gehört? Ich will dein Leid lindern, ja. Verdammt. Okay. Das wird nix. Okay, doch. Okay. Ich dachte, die Delle kommen nicht so schnell runter. Ich hatte die langsam... Die Delle kommen nicht schnell untereinander. Nein, ich hatte die echt langsam mal in Erinnerung, aber... Aber die Geister sind sowieso mal der Witz, ey. Ich glaub, die dritte, die war das. Na ja, verarsche, ne? Nein. Oh, tatsächlich. Krass. Du weißt das. Scheiße. Keine Ahnung. Hab nur einen Kraten. Guckst du, dass es nicht so weit hinten war, aber trotzdem. Achso, jetzt muss ich auch noch gegen so einen Typen kämpfen, ne? Ja. Hallo. Na? Wirst du wieder zu mir? Was, du schmickst? Du schmickst? Ach guck mal, der kann fliegen. Schön. Alter, pack mal deine Flügel wieder ein, die sind voll scheiße. Na ja. Okay. Ich kann dein Pattern. Lass loslegen. Ein bisschen länger her hier alles. So, direkt. So laufen. So bei. Ha. Danke, du einfach für die Teile brauchst. Ich bin bei den Bossen mal so vier Sekunden und es hat es gegessen. Ja, aber ich mach das halt auf meine stylische Igelart. Weißt du, man möchte auch mal den Gegner zeigen, was der so kann. So. Ja, sehr. Ja. So, ich hab jetzt erstmal wieder ein paar Leben. Wir müssen da auch mal nicht mehr lang jetzt. Wenn ich tot bin, dann ist okay. Verdammte Drecks-Huren-Kacke, ey. Mann, Spaß. Ich verliere natürlich nicht hier. Quatsch. Oh, gib mir Leben, Baby. Komm schon mal, tu es, tu es. Verdammte Scheiße, Mann. Dafür, dass du immer diese Bonuslevel spielst, hast du aber immer wesentlich weniger Leben als ich, ne? Hä? Das ist schon dein dritter Continue, ne? Ich hab noch meinen ersten hier, ne? Ich hab noch nichts da braucht. Ich glaube... Ja, komm. Zeig mir Frosch. Natürlich. Na gut. Okay. Ich bin voll goggy. Was los hier? Sehen wir mal die Frosch-Skills von On Air, ja? Hä? Hm. Frosch-Skills von On Air und Water. Ja, ist ja einfach... Ist ja nix. Ist ja eigentlich... Oh, verdammt. Nicht der fette Freund. Hm. Suche fette Freunde für Freibad. Besuche, verdammt. Ich... Das kam nicht so richtig rüber. Wir bringen uns mal eben. Äh. Ja. Ich hab's versaut, Mann. Was soll das? Das war nicht schlecht. Ich hab's einfach nicht geworfen. Das ist Frosch-Skills. Weil du gesagt hast, du brauchst den Scheiß nicht. Und den Pilz auch noch. Und dann... Ich hab doch noch geblinkt. Oh, ich wollte doch nur. Aber ich hab... Ich, ich, ich... Ich hab noch geblinkt. Das ist doch echt beschiss. Was ist hier eigentlich jetzt so? Das Spiel ist einfach nur frauenfeindlich. Das ist... Da kommst du unten in die Ecke. Da kommst du... Ja, nee, das... Das ist... Ja, genau. Guck mal, hier beide Italiener hier. Männer, weißt du. Gegner ist Mann. Frau wird entführt. Kann nix. Das hat... Ich hab keine Lust mehr auf dieses Kackspiel. Wir müssen das RP machen. Ja. Das ist vorbei. Ich wieder rein. Ah, da haben wir noch... Achso, okay. Dann, wenn wir bis dahin gekommen sind, dann ist... Okay. Gut. W landing. Komm. Sui, sui, sui. Okay. So, welcher hast du gemacht? Die vier oder 5? Die 5 habe ich gemacht. Mach ich mal die 4 hier. Kau das sie mir mal an. Das Dale, so ist... Hätte ich eigentlich auch... So, sieht ein bissel einfach aus. Ja, sieht einfach aus, bisher, ne. Scheintrückt, weißt du. Das ist immer so. Mhm. Toll. Hab ich ja auch noch nicht. Br� das ja trotzdem. denn ja dann muss ja wirklich so nein da unten ist ein Block ich glaube es geht aber wirklich so auch auch ja klar aber oder so ich hab's auch die billige Art flieg weiter da kommt gleich glaube ich so ein na die Teile nerven ne komm weg tschüss was bewirken die nochmal keine Ahnung aber irgendwie in welchen Scheiß ich weiß was ich nicht mag eee lucky oh Gott ich was in die Linger ja genau das ohne 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 Zittern hier oh man geh weg okay weg tschüss zum nächsten Mal lass mir in Ruhe hehehe nice so ich hol mir jetzt wieder den Pilz da oben da passt ja die Brücke ist unten ist die jetzt einfach nur bei dir unten ja ne die ist unten ja die wechseln doch immer so ab oder ist die jetzt nicht immer unten ja nein das kommt drauf an wenn die Viecher sich wechseln also wenn jedes Mal ein Level beendet wurde wechselt das ich will ein Blatt okay ich will ein Blatt aber angenommen wir würden jetzt beide jedes Mal ein Level beenden dann naja so 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 oh ne nicht oh nein ey das gibt's auch nicht nicht so ne Scheiße so 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 so